Wir lieben Holz und wir lieben das, was wir daraus machen. Das ist unter anderem HPL. Diese drei Buchstaben stehen für High, Pressure, Laminate. Zu Deutsch Hochdruckschichtstoff, wie wir ihn in Arnsberg und Leutkirch produzieren. An beiden Standorten betreibt Fleiderer Etagenpressen. In Arnsberg arbeiten wir außerdem mit Contirol-Anlagen. Die kontinuierlichen Pressen eignen sich besonders gut bei Mengenprodukten und Längen abweichend vom Standard. Beispielsweise für die Küchenindustrie oder den Objektbau. Die Etagenpressen sind dagegen erste Wahl, wenn es um kleinere Chargen geht, um Spezialprodukte oder Individualaufträge. Doch ganz gleich, ob wir einen Hochdruckschichtstoff in der Etagenpresse oder auf der Conti produzieren, unsere HPL-Produkte erfüllen die aktuellen Normen. Damit HPL so strapazierfähig und makellos wird, wie es unsere Kunden von Fleiderer-Produkten erwarten, stellen wir unsere Harze für die Melamin- und Phenolimprägnierung selbst her. Melaminharz benötigen wir für das Dekorpapier, Phenolharz für das Kernpapier. Dekor und Kernpapier durchlaufen für den Imprägnierungsprozess Harzwannen und Dosierwerke. Über diese Dosierwerke werden die Harzaufträge in Abhängigkeit des Papiergewichts oder der Anforderungen an das Imprägnat geregelt. Im Schwebetrockner werden die Imprägnate auf eine Restfeuchte von rund 6% getrocknet. Die Dicke einer Schichtstoffplatte hängt von der Anzahl der Kernpapiere ab. Für 0,8 mm benötigen wir beispielsweise vier Kernimprägnate sowie das Dekorpapier. Bei über 120 Grad Celsius und mehr als 50 Bar werden die Papiere verpresst und härten aus. Die Oberflächenstruktur des HPL wird dabei durch die Pressbleche oder Pressbänder erzeugt. Hierbei handelt es sich um speziell angefertigte Strukturgeber aus hochwertigem Edelstahl. Nachdem der Hochdruckschichtstoff abgekühlt ist, werden die Kanten besäumt und die Rückseite geschliffen. In den Kontianlagen geschieht dies online. Anschließend wird der HPL auf Länge geschnitten. Das fertige Produkt geht entweder weiter in die Elementefertigung oder direkt als Schichtstoffplatte zu unseren Kunden. Denn auch Sie lieben Holz. Und Sie lieben das, was Pfleiderer daraus macht.